Hallöchen, Poböchen und herzlich willkommen zur fünften Folge der dritten Staffel, äh, äh, hier, ne? Spannung, jetzt, Achtung, alle wieder reinkommen in Minecraft Story Mode, so, kurz, kurz reindenken, so, letzte Folge, ein bisschen so und dann, büm, Enderman, waa, Enderman, uuh. Oh, oh dear. Oh, ich war so afraid of this. With the end underwater, the Enderman will try to escape. Maybe we should leave, or can any of them show up? Of course. Of course. To the minecarts, everyone! To the loren! Hahaha. So. Boah, das wird super. Ich liebe Minecraft-Fahrten. Uuuuund. Auf, auf und davon! Hahaha. Ist das geil? Oh, 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 oh Oh, um, oh. Ah, ich habe, ich habe das gedrückt, glaube ich. Was jetzt, Freunde, es ist ein bisschen schlechter Zeitpunkt dafür. Ich weiß schon, was passiert. Ich habe ein bisschen die Hoffnung. Ich dachte eigentlich, dass sie sagt, sie baut sie. Jesse, take my armor. It will help. Oh. You can take mine. It's got me out of a lot of gems. I double insist. I triple insist. Ich bin mir nicht sicher. Moment, sie ist doch die Redstone-Königin. Und er ist doch, was war er nochmal? War er nicht hier voll der große Krieger? Und dementsprechend müsste seine Rüstung ja besser sein. Wisst du, ich war erst nett zu ihr, jetzt bin ich nett zu ihr. Komm. Oh, right on, Jesse. Uh, by the power vested in me, yadda-da-da-da-da-da, the Order of the Stone! What? Jesse, you're going to have to set down a crafting table out there and make that from Itabong. Everyone else, grab a buddy and split up. We need to keep that Witherstorm on track, so build, build, build! Oh, Jesse, don't forget, Super TNT in the middle and Gunpowder all around! Ich weiß das, ich weiß das! Ich müsste es nur noch erinnern, mich, Donnerant. Und es schnell machen. Oh, runter, runter! Oh, der Witzkopf, das war aber knapp. Recht. Als ob das jetzt schon, es ist die dritte Episode. Es kommen noch zwei. Das kann doch niemals funktionieren jetzt. Jetzt guckt er nicht hin, bau die scheiß Bombe! Junge! Ich hab nicht gesagt, ich mach das dafür, dass ich jetzt versage. Oh mein Gott! So wenig Zeit! Ah, rechts, rechts. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Was? Weil ich seine Rüste jetzt genommen hab? Oh, aber ist gut, weil dann leben sie und sie mochte ich lieber. Das könnte also vielleicht dann doch immer... Was? Jetzt muss ich das noch mal bauen? In der Luft? Keine Zeit, keine Zeit. Super F for... Ach, das ist ein... Ach, kein Question. Hier, äh... Oh, die Angel! Die Angel! Haben die die mitgenommen oder ist das unsere Angel? Hat mich jetzt meine Angel gerettet, weil ich eine Angel gemacht hab? Nein! Schwabbeldiwabbeldi. Ach, cool! Spiel beendet! Krass! Is that it? Is it over? I can't believe it's actually dead. You did it, Jessie! You actually did it! Not that I'm saying I doubted you, but I did a little. But now I don't, and I never will again. I know it wasn't easy, but... About time we got a real win. I couldn't have done this without you guys. Any of it. Oh, believe me. We are well aware. Thanks for seeing it, though. Oh, damn! Thanks, buddy. Uh, anybody seen Sorin and Magnus? Oh, beide. Beide sind ja gar nicht mehr... Oh. 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 Habe ich jetzt... Gerade ein ganz kleines bisschen froh, dass ich seine Rüstung genommen hab und nicht ihre. You fought valiantly, my friend. We both know. My fight is over, man. Stuff and nonsense. Stuff and nonsense. Save your strength, Magnus. We'll take care of this. We'll take care of you. Jessie. Magnus. Steffen, was er? My armor. It looks great on you, man. I want you to keep it, okay? It's not gonna be... Much use to me... Anymore. Don't say such things. Please, don't go, Magnus. Please, just... Hang on a little longer. I'm hanging... But... Only for a little while. Hey, at least I finally got to be a real hero, right? Oh.. Oh... 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 Oh, that is the one. The one. All those people. They're alive. The witherstorm didn't kill them. Jesse! You gotta help them. All of them. Make sure they get out. Don't leave anybody behind. Swear, okay? Er war im Endeffekt dann doch irgendwie ganz nett. Ich bin der Ron und kann nur geradeaus gehen. Achso, habe ich schon jemanden übersehen jetzt, weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin? Das ist so ein Quicktime Event, was ich nicht schaffen kann, oder? Achso, das ist so ein Kronk! Äh, nee, doch nicht. Oh, das war so klar. Oh, sind wir jetzt in dem Ding drin? Nein. Drei. Wir haben jetzt drei. Das war's. Nächstes Mal bei Minecraft Story Mode. Hab ich doch gerade gesagt! Oh. 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 Und find the strength to make one last stand against the storm. Cut. Okay. Hast du dich für das ab... Nicht so schnell! Guckt euch das nicht an. Wir machen das spannend. Brecht das ab. Ich will das spannend machen. Ich mach's halt nicht spannend. So schnell kann ich das doch gar nicht lesen. Aber hier sind schöne Bilder bei. Und... Ich guck mir das gerade nicht an. Ich guck weg. Ich guck weg. Ich lad schon mal die Seite neu online, um dann die Entscheidung da zu sehen. Ah! So schön! Du und 89,8% der... Warte! So. Äh. Hast du dich für das Amulett oder deine Freunde entschieden? Du und 89,8% der Spieler haben... Habt euch in der Mühle für eure Freunde entschieden. Ja. Das ist ja auch wichtig, ne? So, Freunde sind wichtig. Bist du am Ende... Äh, Luke... Bäh, bäh, bäh. Bist du Lukas... Lukas am Ende gefolgt oder vorausgegangen? Ähm. Nur... 34,5% haben Lukas da vertraut. Ich glaub, das war aber eine gute Entscheidung, ihm zu vertrauen, tatsächlich. Gib mir 5, Ruben. 54,8% der Spieler haben das gemacht. Warum? Warum ist das wichtig? Warum ist das hier eine... Eine wichtige Entscheidung? Das, äh... Versteh ich irgendwie nicht so ganz. Vor allem, es haben ja auch nicht so viele gemacht anscheinend. Aber warum... Warum wird das hier aufgelistet? Das ist, äh... Interessant. Okay. Hast du Petras Geheimnis bewahrt? Höh... Ja. Das Problem ist, ich wollte ihr Geheimnis bewahren, aber die ganzen Antwortmöglichkeiten, die ich zur Verfügung hatte, waren halt so scheiße, dass ich das mit dem Geheimnis jetzt als weniger dramatisch angesehen habe, ehrlich gesagt. Ähm. Ähm. Und das sahen anscheinend auch die meisten anderen genauso wie ich. Hast du dich für Elegards oder Magnus Rüstung entschieden? Ja. Nur 43... Also mehr Leute haben sich für Magnus Rüstung entschieden. Äh, für Elegards Rüstung entschieden. Heißt ja im Endeffekt, dass Elegard dann gestorben ist, wenn ich das so interpretieren darf, oder? Finde ich krass. Also, wenn das wirklich jetzt so eine Entscheidung ist zwischen den beiden gewesen, muss ich sagen, finde ich persönlich besser, als so böse es auch klingt, dass Magnus gestorben ist, weil er war so ein bisschen so ein fieser, komischer Typ. Wobei ich sagen muss, dass jetzt in der Episode irgendwie alle sich vom Charakter her verändert haben. Die waren alle ein bisschen komisch drauf, aber... Also er war die ganze Zeit total unsympathisch und jetzt auf einmal total sympathisch. Also, was heißt total so sympathisch? Aber er war netter. Und... Ich... Ja, ich möchte behaupten, dass ich es ganz gut finde, dass es so aufgelaufen ist. So, jetzt haben wir auf der Internetseite nur zwei weitere Entscheidungen für diese Episode. Finde ich... Ja, das sind weniger als sonst. Aber ich sag mal kurz, was es ist. What did you yell after Eivor, when he ran away? Anscheinend total wichtig. Ähm, ich und 30,1% der Spieler haben sich, ähm, dafür entschieden, dass er nicht damit, äh, weg, äh, kommen wird. Also... You don't go away with that! Ähm, did you drop the Amulet or jump down into the... Okay, haben wir das fallen lassen oder sind wir runtergesprungen? 88% und ich, ähm, sind in das Loch gesprungen. Ich glaub, das war aber ein Versehen von mir. Wobei, ich weiß es nicht mehr. Also, ja, ich glaub nicht. Gut, interessant. Also, auf der Internetseite scheinen immer Entscheidungen zu sein, ähm, die nicht 50-50 ausgehen, sondern, äh, wo es mehrere Wege gibt. Also, so Dreierentscheidungen teilweise. Im Spiel haben wir immer nur 50-50-Entscheidungen. Tja, und das war die Episode Nr. 3, die endlich mal... Oh nein, das war die gute Musik und ich überspringe es. Aber wir wollen uns den Abspann ja nur am Ende einmal angucken. Ähm, das war jetzt also die Episode, die tatsächlich mal ein bisschen länger war. Fand ich ganz gut. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Fand ich jetzt ein bisschen sehr klischeehaft, dass wir das Monster töten und dann steht das Monster wieder auf. Also, gut. Ähm, naja, wir haben noch zwei Episoden vor uns. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel gefallen wie mir und wir sehen uns. Bis dann! Ciao! Ciao!